Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Battlefield 5 mit Niklas und Dennis das gleiche Team eigentlich seit vier Folgen das gleiche Team ich finde die M19A einfach nicht gut dann spielen wir halt keine M19A dann spiele ich sie einfach nicht ist doch einfach zu finden ne? ne ich finde sie einfach nicht bei mir gibt es keine M29 M19 ach M19 oh hast du gedacht N19? ne M29 ja M29 hab ich gedacht jetzt spiele ich irgendetwas dann Achtung wir haben so eben Ziel Werther errobert oh Danke Ja. 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 Wie war die ausgeschrieben? M19 A14? Dennis? Na? Wie war die ausgeschrieben? M19, was kam dahinter? M19... Ah ja, jetzt weiß ich das selbst nicht mehr. Also M19 irgendwas. Also M19 28 glaube ich, hieß es mal. Ich hab... Wie wird die Kommen-Scheiße komplett nicht angezeigt? Ach doch, da! Hab sie gefunden. Wie blind muss ich sein? Oh, ich hab nicht mal ein Visier drauf. Na ja, ganz klasse. Gute Arbeit! Wir haben Ziel Cäsar erobert! Ziele holen uns perfekt. Obwohl, der Schalldämpfer an der M3 ist. Das macht mehr Schaden. Niklas, ich hol dich! Niklas, hast du erst mal B holen. B ist sie direkt daneben. Ich geh jetzt mal sterben. Ne, du ist gerne. Und hast du den Zomigon? Ja. Weiß, was ich habe? Achtung, wir haben Ziel Dowa verloren. Ich hab ne M3 Grease Gun. Und hier ist es schon ganz schön schwer. Ja, es ist wirklich so. Hab ihn. Ich hab das Gefühl, die Schalldämpfer machen mehr Schaden auf den M3 Grease. Ist geil. Das hat mir ein Feirat gefüllt. Das hat mir ein Feirat gefüllt. Das hat mir ein Feirat gefüllt. Nein, ich wurde gem- Nein, ich wurde gemessen. Nein, ich wurde gemessen. Da ist es. Ich bin ein Feirsicht und ich bin ein Feirat gefüllt. Wir haben Ziel Emil verloren, Soldaten. Ich bin ein Feirat gefüllt. Also, ich habe einen Jeirat gefüllt. Alter, was für ein scheiß Panzer ist das? Das ist so ein Kackpatzer, als ich da gepackt bin Philipp Föry ist so ein Teilgetreten Was? Das ist tot Ah, natürlich kämpfen wir Meine Füße, was ist zu tun? Merci, Soldat Ihr habt mich getroffen Schickt eine Verstärkung Die nehmen mich hier fest Konzentriert euch, CSC sei es verloren Wo ist ein C? Wo ist ein D? Ich finde ein C gerade nicht Alter Was ist das? Ah, scheiße Oh, scheiße Pfff Da kämpft jemand Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben viel besser unter Kontrolle gefragt Oh, scheiße Da Da Wie weit ich bei B hinten spawne Was ist das? Was ist das? Wie weiß ich bei B hinten? Achtung Please stay stuck! Reloading! Oh, da war noch ein Gegner! Entschuldigung? Das ist schon wieder verloren! Was ist das? Was ist das? I got you, don't worry. Somebody help me! Anybody? Please! Oha, da kommt so viele! Hey, da kommt so viele! Ja, steht doch hier! Ich will doch wohl campen! Ja! Darum stehen 3 Leute im Campen! Oh, A wird er! Oh, was geil! Spawn bloß noch B! Ja, und da spawnen sie am meisten jetzt! Boah! Dein, deine letzte Malc ist hier! Wir haben Ziel, Anton, eingenommen! Ich bin noch den Weg! Jetzt geht's, jetzt Dasi戴! Weitere Leute hier! Der ist herzlich! Der ist noch gegen mich! Komm her, diese haben wir wieder! Gar, wir haben eure Hitze! menschen voll medics gut oder was ist eigentlich fast medics gut nur noch ich bin ganz gut da meinte ich auch so richtig einzuschuss aber das ist eigentlich ein Lerner und ich benutze sie eigentlich ein Lerner für die Lerner Kategorie Alter Um die Ecke steht, ich bin zwei Wir abonnieren Cesar wenn wir nicht aufpassen Cesar Ja ihr werdet euch noch weg von Cesar Wollen wir zu falsch mit euch alter Ja Ehh Ehh Jungen 3 zu C1 Jungen 3 zu C1 Jungen 3 zu C1 Wollen wir auf tour Jungen 4 Meister Schepp使st Jungen 4ぐらい Geht Achter mouth zur shifted Oh D Baby Achtung Cent Über Der Tor ist verloren. Wir haben D-Floon. Ja wir haben D-Floon. Der Panzer steht schon bei ihm. Der Panzer steht schon bei ihm. Oh scheiße. Den ist Niklas. Panzer bei E. Den ist Niklas. Panzer bei E. Ich will mit D einfach. Ich gehe zu E. Die Clampen bei E. Die Clampen bei E. Die Clampen bei E. Oh scheiße. Die Clampen bei E. Oh. Hier haben wir wieder Wir verlieren 10 Wir haben den Ziel Cäsar verloren Der Cäsar aus oben müssen wir jetzt mit dir holen Der Ziel ist gut Ach komm, Alter Das hat die Oh, das hat die Wir hören uns B Wir hören uns B Ja, B B für die Batsch B für Batsch Ja, B haben wir verloren Oh, das ist schön, um wahr zu sein Ich wollte dich gerade wieder beleben, weil du liegst Dennis, da sind wirklich zwei hinter dir Oh ja Ja Deswegen wollte ich eigentlich das so machen, sodass die zu mir kommen Ich weiß was du machen Okay Gute Arbeit, wir haben Ziel Cäsar übernommen Sehr schön, ich geh zu B C Hier höre ich mal um Die Hälfte von hinten Deswegen wenn wir noch Die Hälfte von C Ja, ich geh mal um Ich habe dich, nicht zufrieden Oh, du hast dich Still kicken Aaaaah, verdünn ich genau noch. Aaaaah, scheiße. Das ist 99 auf der Sack. Was macht unser Panzer denn hier eigentlich? Versteh ich auch nicht. Mach schon! Los! Verliehen wir grad 10? Ja, ne? Es ist bei Level 6. Okay, aber was ist noch? Warum ist er da hinten noch? Der blaue kommt noch und ist noch heim. Das versteh ich nicht. Aber vielleicht wäre ich jetzt auch geil, das weiß ich noch. Ne, 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 ne. Er war schon die ganze Seite ganz hier. Ja, dann hättest du ein bisschen Feuer auf der Funk gesehen. Oh Leute, den hab ich gar nicht gemerkt. Der war hinter uns. Ich hab mich schon noch gefragt, wo er mich hingeschossen hat. Ja, ne. Ich hab das auch erst gar nicht realisiert. Junge, fahr doch! Immer noch? Der bleibt immer noch bei uns im Platz hier. Nein, was ist denn da oben steht drinnen? Oh mein Gott! Er hat du in irgendwelchen Gründen in den Trupp verlassen. Ich weiß auch nicht wieso. Hä? Er hat in irgendwelchen Gründen ihn verlassen, ich weiß auch nicht wieso. Wir haben jetzt die Kontrolle über Ziel, Anton. Vielleicht, weil ich ja Chef im Trupp und ich rausgeschmissen habe. So einen braucht man nicht im Trupp, der nichts macht. Der hat ja schon den Panzer. Aber schon so oder so ist er immer noch irgendwo noch hier. Der war ganz hinten, wo keiner ist. Oh, scheiße. Ich versuche, in Richtung B zu gehen. An alle Einheiten, wir haben Ziel, Emil verloren. Ah, schade. Ja, ist ja klar. Churchback, du Camper. Nee, lieber nicht. Neh mich auseinander. Helf mir. Schade, Schade! aber das ist immer noch ein gegner irgendwo im Haus der hat mich jetzt erst angeschossen wo ich vor ihm stand ich kämpfe im Haus neben mir wir brauchen zu und weiter TEC sei gehört jetzt uns wir haben das B wo würde ich sagen äh A da geht immer oh fuck Achtung da ist ein Panzer der in Richtung B kommt wir haben E ich tu mal schnell bei D spawnen macht ihr mal äh B schräg schräg A ich würde in irgendeiner verkackten Ecke campen oh ja nicht besser oh da ist er Dippen 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warte mal kurz Ziel Cäsar ist verloren B und A 29 Punkte haben die noch, 28, 27 Was nennt die? Wir haben Ziel Werther erhobe Ich steu mich nicht Ich steu mich auch nicht Nein, ich steu mich nicht zusammen gelandet Haben wir hier mit dem Rücken? Nee, lass mal 15 Punkte mein Gott 14, 13, 12 15 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 13 15 15 15 15 jetzt schon ich bedanke mich fürs Zusehen bis zum nächsten Mal Tschüss